Hi, ich bin Flora und ich bin Studentin des Studiengangs Medientechnik an der FH St. Pölten. Zusätzlich darf ich seit diesem Jahr auch die Rolle des Student Ambassadors übernehmen. Bevor ich mit diesem Studium angefangen habe, war ich bereits fünf Jahre in einer Schule für Produktdesign. Dort habe ich schon einiges an Wissen im Medienbereich ansammeln dürfen. Dann war ich ein Jahr im Ausland und habe mich dann aber doch wieder in die Medienbranche zurückgezogen. Nur diesmal wollte ich eher den technischen Aspekt beleuchten. Dabei kommt leider ganz oft die Kreativität zu kurz und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und die perfekte Kombination aus Technik und Kreativität habe ich im Studiengang Medientechnik finden können. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, was ist Medientechnik überhaupt? Der Begriff umfasst schon sehr viele Teilbereiche. In diesem Studium geht es hauptsächlich darum, die wichtigsten technischen Aspekte zu lernen, die man braucht, um mit den heutigen Medien richtig umgehen zu können. Dabei kann man sich vorstellen, dass das Studium sehr, sehr breit gefächert ist. Aber das heißt auch, dass auf jeden Fall für jeden was dabei ist. Das geht von IT über Webseitenprogrammierung bis hin zu Musikproduktion und zur Kameratechnik. Das Coole ist, dass man sich ab dem dritten Semester spezifizieren kann und dann wirklich seine eigenen Interessen verfolgen kann. Und das macht auf Dauer natürlich richtig viel Spaß. Eine Frage, die mir ganz häufig gestellt wird, ist, wie es bei uns im Studium nun wirklich mit dem Programmieren ausschaut. Viele schrecken vor diesem Thema zurück, weil es komplex und neuartig wirkt. Dafür gibt es aber überhaupt keinen Grund. Denn im Studium wird nach einigen Vorlesungen klar, dass man mit ein bisschen Grundwissen schon einiges erreichen kann. Manche finden dann die große Leidenschaft fürs Programmieren. Andere wiederum geben sich mit den Basics zufrieden, die man im Alltag eines Medientechnikers übrigens sehr, sehr gut gebrauchen kann. Das Studium ist aber auf jeden Fall ohne Programmiervorwissen machbar. Der Studiengang Medientechnik hat also einiges zu bieten. Wenn du noch irgendwelche Fragen zum Studiengang hast, kannst du mir jederzeit gerne schreiben. Oder du schaust einfach auf der FH St. Pölten Webseite vorbei. Und wenn dich das Studium auch so überzeugt hat, wie es mich überzeugt hat, dann freue ich mich darauf, dich bald auf der FH begrüßen zu dürfen. Und bis dorthin. Ciao, ciao!